Das Nutzen ist eigentlich sehr gross, dass wir viel weniger Schäden haben. Mein Alltag sieht hauptsächlich aus der Revisionsarbeit, organisatorischen Planung der Revisionsarbeit und auch eine Pique-Funktion an der Gondelbahn für Störungen oder so, wenn ich am Arbeiten bin. Die Aufgabe ist eigentlich laut gesetzlichen Vorgaben und Betriebsanleitung die Anlagen aller in Stand zu halten, in Stand zu setzen, Prüfungen zu machen, Messungen zu machen, so dass wir dann einen reibungslosen Betrieb im Winter gewährleisten können. Das ist ja so. Und aus diesem Grund, im Bereich der Klemmenrollen, Laufrollen, Führungsrollen, haben wir eine Zimmerloopschmiererrichtung installiert, die kontinuierlich die Rolle mit einem Silikonschmierfilm überziehen. Und seit drei Jahren haben wir es eigentlich, wo ich angefangen habe, und mittlerweile seit letztem Herbst haben wir es in jeder Station montiert. Der Nutzen ist eigentlich sehr gross, dass wir viel weniger Schäden haben. Vor allem bei den Kuppelrollen ist es eigentlich enorm aufgefallen, wie die Abnutzung und die Schädenausbrüche an der Kunststoffrolle ist zurückgegangen, seit dass wir das kontinuierlich so schmieren können, ohne dass wir hier während dem Betrieb eigentlich in die Fördereinrichtung hinzugehen und dazugehen, durch das hier selber kontinuierlich das schmieren. Auf der Rotorstechnisch Gleiter von Führungsbahn haben auch an der Gondelbahn die Laufrolle der Klemmen mit der Simulub Schmier-Einrichtung installiert. und auch an den Roboter, den wir haben, für Mountain Cards abzuladen. Dort an der Fördereinrichtung, an der Archette oder auch das schmieren wir kontinuierlich. Mit Kälte hätten wir nie grosse Probleme gehabt, oder nicht, dass ich irgendetwas mitbekommen hätte. Auf das Einwand frei, bei minus 10 Grad und plus 10 Grad merkt man eigentlich keinen Unterschied. Das ist ein grosser Vorteil, ein Zeitvorteil. Es braucht am Anfang sicher gerade Zeit, dass es richtig installiert wird, und dass es sauber ist oder nervös läuft, ist das eine grosse Zeiteinsparung.